Hallo, Servus zusammen, mein Name ist Patrick E. Lechner, ich bin ein ehemaliger Eishockey-Nationaltorhüter, war bei einigen Stationen unterwegs, angefangen in Rosenheim, Mannheim, Duisburg, Nordamerika, zweieinhalb Jahre, dann wieder Mannheim, dann wieder Duisburg, dann wieder Nürnberg und dann Augsburg und dann wieder zurück nach Rosenheim. Also bin wirklich ein bisschen unterwegs gewesen und inzwischen bin ich TV-Experte, bin TV-Kommentator und Moderator für Magenta Sport, für Eurosport und Sport 1. Also da bin ich auch nach wie vor gut unterwegs. Aber heute bin ich aus einem anderen Grund hier, denn wegen Kankercoach.com, eine überragende Plattform, höchst interessant und um was geht es denn da eigentlich genau? Und da schauen wir jetzt mal weiter. Kankercoach, ja natürlich, wir sehen ganz einfach, Lernen ist wie Rudern, gegen den Strom, sobald man aufhört, treibt man zurück. Das kennen wir natürlich vom Sport, wir wollen immer besser wir werden, wir wollen immer uns verbessern, egal wo, ohne Training keine Fortschritte und am besten natürlich von Mensch zu Mensch. Und warum ist das so wichtig? Ja, Computer und alles ist gut und schön, aber wir brauchen immer noch uns Menschen, um uns weiterentwickeln zu können. Und da ist diese Plattform natürlich überragend. Also Kankercoach.com ist gleich Wissen und Erfahrung, ich habe es gerade gesagt, von Mensch zu Mensch. Ja, es wird immer spannender. Warum? Was kann man da alles machen? Ganz einfach, Schule, Nachhilfe, egal, wie gesagt, von Mathe, Physik, was auch immer, über Sprachen, Hobbys, Computer, Beruf und Leben. Das alles klingt komisch, gibt es aber alles eben auf kankercoach.com. Gehen wir noch mehr ins Detail. Hier sehen wir eben die Plattform. Verschiedene Trainer, Coaches, Nachhilfe, Lehrer, was auch immer, können sich hier eben registrieren und sozusagen sich anbieten in dem, was sie eben sehr gut können. So schaut eben die ganze Page aus. Auch ein schönes Bild dabei. Hier dann gleich die Preise. Und wer ist das? Da ist ja der Kanker wieder. Da ist ja wieder reingerutscht, der Gauner. Jetzt musst du aber kurz pausieren, mein Freund. Okay, kurz reingeswitcht. Jetzt gehen wir wieder zurück. Schule, Nachhilfe, Sprachen, Hobbys, Computer, Beruf und Leben. Das alles auf kankercoach.com. Wir kennen ihn schon. Er hat sich schon mal ganz kurz vorgestellt bei uns. Und wie schaut das Ganze aus? Hier sind wir auf der Seite drauf. Da kann sich selbstverständlich in dem Fall eben vielleicht Bosnisch lernen, was auch immer. Es kostet 12 Euro. Preis ist drauf. Und hier unten, da kann man dann die Stunden eben gleich buchen, die dann der Coach eben auch vorgibt auf dieser Seite. Und da gehen wir dann weiter. Selbstverständlich die Bezahlung gibt es ja wie überall heutzutage auch. Amazon und so weiter und so fort. Über Volksbank, Raiffeisenbank wird das Ganze abgewickelt. Also keine Angst. Alles tippitoppi. Weiter geht's. Gebuchte Stunden. Und dann kann man eben hier rechts die Stunden von dem jeweiligen Coach buchen. Hier sehen wir es. Wenn wir da drauf klicken, jetzt wird es eben interessant. Ich habe gesagt von Mensch zu Mensch. Hier sieht man dann quasi bei Kanga Coach den Coach im Vollbild und hier unten seid ihr zu sehen. Also in einem 1 zu 1 Gespräch. Und weil das noch besser. Kanga, was ist denn mit dir los? Bist du schon wieder hier im Mittelpunkt? Bitte. Pause. So, wieder zurück. Training Coaching, Hilfe, Lernen, Ratschläge. Also da sind wir wieder dabei. Da sind wir in diesem 1 zu 1 Gespräch. Ihr könnt sitzen wo auch immer. Auf dem Balkon, im Keller, draußen am See. Ist wurscht. Ihr braucht so eine Internetverbindung. Und dann geht es nämlich schon ab in eurem Interview Gespräch. Und jetzt wird es noch interessanter. Wir wissen es alle. Es gibt verschiedene Präsentationen. Man will natürlich demjenigen was lernen, was beibringen. Was braucht man dazu? Ja, man braucht natürlich die ganze Bildschirmdiagonale, um eben auch seinem Gegenüber das besser erklären und darstellen zu können. Und das ist hier auch möglich mit eben der Bildschirmspiegelung. Ganz Bildschirmspiegelung haben wir jetzt hier auch schon wieder. Kanga ist hier. Hier zu sehen. Also der Kanga ist überall. Jetzt ist es aber gut. Das ist ja Wahnsinn. Deine Aufmerksamkeit ist ja brutal. Wie eben gesagt, es gibt sie auch als Vollbildschirm. Kanga Coach. Und da kann man dann schön hin und her springen, um eben die Erklärungen besser darstellen zu können. Da brauche ich euch nichts erzählen. Das wisst ihr alle, um was ich da rede. Zum Beispiel Photoshop. Ist ein höchst komplexes Thema. Klar kann man sich da irgendwie YouTubes Video auch anschauen. Aber wenn ich das wirklich in einem 1 zu 1 Gespräch erfahre, wie sind die einzelnen Steps? Wie gehe ich da vor? Da muss ich dann selbstverständlich hier bei der Bildschirmaufnahme das besser sehen und kann das eben meinen Gegenüber einfach besser erklären. So, dann bin ich wieder zurück. Ist das Ganze wieder vorbei und ich brauche vielleicht gar nicht diese Vollbildschirmaufnahme. Dann bin ich eben wieder zurück in diesen Face-to-Face-Gespräch, sehe meinen Gegenüber und so kann ich am besten lernen, Sachen aufnehmen und am besten dann umsetzen. Und das Ganze von Mensch zu Mensch. So, was gibt es alles zum Anbieten auf Kanga Coach? Nachhilfen, Sprachen, Hobbys, Leben, Beruf, Computer und im Endeffekt jetzt für euch selbst da draußen. Das ist Kanga Coach und das gibt es und da gibt es alles. Ich verspreche euch. Alles gibt es und das gibt es auf kangacoach.com. Er ist auch überall mit dabei. Selbstverständlich, ich habe es schon angesprochen, könnt ihr auch auf YouTube euch irgendwelche Videos reinziehen, aber das wird nie so effektiv und gut sein wie von Mensch zu Mensch hier bei Kanga Coach oder ganz oldschool. Hier, Buch lesen, circa 1800 Seiten, staubt, aber was staubt nicht? Kanga Coach.com. Reingehen, anmelden, viel Spaß dabei. Bis dahin, ciao von au.